In diesem Video geht es um die besten Trekking-Rucksäcke. Der Qualitätssieger in unserem Trekking-Rucksack-Test geht an den Deuter AirContact. Der funktionelle AirContact Light Trekking-Rucksack überzeugt mit durchdachtem Design und der perfekten Balance aus Tragekomfort, Gewicht und Belüftung. Dabei sorgt das innovative AirContact Light Rückensystem für optimalen Feuchtigkeitstransport und bietet so ideale Voraussetzungen für lange Trekking- und Hochtouren. 15% weniger schwitzen als mit einem herkömmlichen Körperkontakt-Rucksack nachgewiesen in einem Feldtest von Gabriel L. und T. In Zusammenarbeit mit der Universität erlangen bei gleichzeitig perfekter Lastübertragung und optimal ausbalanciertem, sicherem Sitz. Durch das Vari-Quick-System lässt sich die Trägerhöhe auf die Rückenlänge des Trägers anpassen. Separates Bodenfach mit herausnehmbarem Zwischenboden. Erweiterbares Volumen durch den höhenverstellbaren Deckel mit Tasche. Der Deckel lässt sich abnehmen und mit den Frontriemen in einen Daypack verwandeln. Der Hüftgurt ist mühelos festzuziehen über die Pull-Forward-Verstellung und erlaubt eine einfache und genaue Anpassung des Rucksacks an den Körper. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Amazon Basics Trekking-Rucksack. Der Rucksack wurde für eine Vielzahl von Körpergrößen entwickelt und bietet eine sichere, vollständig verstellbare Passform um den Oberkörper, einen verstellbaren Hüftgurt und verstellbare Träger an den Schultern für eine optimale Balance und Unterstützung. Ein offenzelliges Lendenwirbelpolster aus Schaumstoff und geformte Kanäle bieten eine wichtige Unterstützung für den unteren Rückenbereich und fördern eine erhöhte Luftzirkulation, während durch die dick gepolsterten Schultergurte selbst schwerere Lasten bequem getragen werden können. Das Design des Rucksacks ist für Frauen und Männer, Jugendliche und Erwachsene ausgelegt. Lassen Sie sich von ein bisschen Regen nicht abhalten. Der Wanta-Rucksack ist mit einer wasserabweisenden Außenbeschichtung und einem integrierten wasserabweisenden Regenschutz ausgestattet. Zahlreiche Taschen und geräumige Fächer sorgen dafür, dass die aufbewahrten Gegenstände organisiert und leicht zu finden sind. Das große Schlafsackfach des Rucksacks bietet Platz für sauberes Verstauen und Transportieren Ihres Schlafsacks. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Trekking-Rucksack-Test ist der VD-Kinder-Päcki, der Outdoor-Spezial-Rucksack für Kinder. Als Namensvetter des freundlichen Waldgeistes Puck wurde er extra für Unternehmungen in Wald und Flur entwickelt. Er ist robust, mit wasserdichtem Boden, Sitzmatte und Regenhülle ausgestattet und hat zudem eine große Lupe an der Seitentasche befestigt. Die Schnallen lassen sich kinderleicht bedienen und für eine gute Sichtbarkeit in der Dämmerung sorgen 3M Scotchlight Reflex-Elemente. Ein optimaler Rucksack für kleine Natur- und Insektenerforscher oder für den Waldkindergarten. Seitliche Netztaschen und das Deckelfach verwahren Vesper, Wechselbekleidung und Kleinutensilien. Hergestellt aus BlueSign-zertifizierten Materialien Die funktionellen VD-Kinderrucks-Säcke zeichnen sich durch hochwertige Materialien, kindgerechte Details und fröhliche Farben sowie eine umweltfreundliche Herstellung aus. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. www. immersiveinf mantenerlinien. ontwer ist